Hallo meine lieben Freunde und ich wünsche euch mal wieder einen ganz ganz schönen Tag bei einer weiteren Folge von Barofade 1 mit dabei ist mal wieder der Roma und drauf vielleicht werden wir gesniped ich hab Logging in du bist eingebaut glaube ich ich komm nicht drauf eingebaut die chest ist weg nein okay nein es wurde gelootet ich brauche die hier kraft hier kurz das Ding den Iron Stuff okay ähm oh Gott äh okay straight off meine Iron Picke geht maybe broke 41 du reichen uns versuchen Adi und Fischi Fischi und Adi ja straight hoch komm das war mir so klar ich wusste es wenn was ist wenn deine Picke broke geht dann ist es so warte dann bau ein bisschen über die freie und mach kurz ne Workbench und äh crafte hier ja aber nicht jetzt nicht jetzt dann boah ich verkack aber auch das Fassdecken richtig die sind so scheiße ich weiß nicht die sind so schlecht im Lügen ich wusste halt dass die uns snipen ich hab halt fast kein Food so und das ist halt das einzige Problem was ich hab deine Pickex ist broke crafte die okay ja brauchst du hier gerade ab ey wo sind die lass mal kurz erstmal hoch ich muss ich will erstmal entchanten dann können wir vielleicht schauen ob wir die vielleicht noch halten so ich brauch halt gut wo bist du Ray direkt hier komm kurz komm kurz zu mir hä stell kurz ja ok ok aber lass doch ganz kurz kurz nein ich will ich will ich will ich will schon hier bleiben so weil ich will die Falten eigentlich ok 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 ja komm WP ja dann mach doch jetzt hat doch Platz bitte halt mal die Mords von mir weg Hallo Digga äh ja Junge was sind das wie viele sind das wir sind da vorne die sind voll iron kommt drauf nein die sind voll ja trotzdem drauf ich hab kein Gap ne ich falte nicht falte nicht falte nicht falte oder ich bin tot oh Gott sie macht richtig viel damage schön ja schön ok nice ja wo ist sie? die liegt da ah da ich hab zwei Fire äh? hast du auf für den? nein der ganze Staff ist jetzt weg egal ach Fischi Jungs das war's mal wieder komplett hier ist nochmal mehr Gold ja jetzt sind wir beide Half Deal oder? hast du noch Dia's oder? ja und ich hab nochmal fünf Dia's ja dann craft äh dir nen Helm äh ja mach mir nen Helm warte äh zack 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 hier also liegt da neben der crafting bench jetzt hab ich nen Char 3 Unbreaking 1 die könnten rein wir können doch so viel Stuff machen Junge ich hab so viele Bücher jetzt hier ein eigenes Dings für dich die Chess hatte nur Prod 1 ich mach's aber schon mal Prod 2 ach Jungs das war's mal wieder komplett ne? ja gut wir fehlen jetzt 2 Sharp 1 Schwerter dann kann ich mir ähm oh mein Sharp 4 kostet aber 20 Level ne? ok aber wollen wir kurz Nether vielleicht? ich würd eigentlich lieber Äpfel fahren wenn ich dir ehrlich wir haben so viel viel wir können jetzt so viel hier machen ok aber du hast gut gekämmert in dem Fight ich hab sehr wenig damit ausgeteilt aber also warte mal ich hab jetzt warte ich stell mal kurz Öfen auf ähm hier 2 2 Junge Ray Junge nice ja gut hä wir haben so viel Gold wir müssen Äpfelfarm gehen Junge ja ähm ich mach mir meine Iron Picke äh Axt mein ich so einen Ofen mach ich dann noch da tu ich ein bisschen Gold rein jo hey Junge wie die haben ja so die haben ja so gechopt hast jetzt mal NoFraud die haben ja so reingechopt also haha ach Jungs haben die gut gemacht auf jeden Fall naja also well played ja mann so ich burn jetzt auch mal den restlichen Stuff auf doch die haben das mal geplayt nein nein oh mein Gott ich bin so dumm ich wollte den Wasseralber nehmen was mach ich ich burn ihn haha oh shit ja muss ich mir die neun kaufen ich baue hier die Birke ab für die die sich fragen nein ich weiß dass Birken keine Äpfel droppen aber ähm die Blätter von dem anderen Baum gehen sonst nicht weg wenn die Birke nicht weg ist ey wir haben so viel Gold und ja wir haben so viel Gold Ray wie viel haben wir ungefähr drei Stacks zwei Stacks ähm ein Stack plus es braten nochmal eineinhalb Stacks durch okay das ist strong den Level dann hab ich Schaumgefeier und ich hab ich hab insane viel Food ne ich hab fast gar kein Food aber ich kann nochmal was durchbraten ich hab extrem viel Food äh ich hab boah das also ich weiß jetzt nicht ganz genau aber geschätzt über zwei Stacks also aber halt auch vieles verteilt ey kannst du mir auch vielleicht irgendwas abgeben oder so weil ähm ne du darfst verhungern ja doch ich geb dir gleich was ey ich hab 52 Leder und 56 Sugarcane okay schön ich hab ein Leder warte kurz so hier ähm ich geb dir mal das 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 achso gebraten kann ich dir jetzt erstmal nur das geben ja nimm nimm wieder zurück Junge also ne hey brattest doch hinten durch du Knecht du Wiesel so ah Dings äh Chester hat sogar schon vier Kills ah Lul hey Chester ist halt geil hr ich dachte das wäre pet hr ne pet hr ist pet hr ja das ist mir halt auch letztens aufgefallen ich glaub nicht letztens war ein bisschen ähm mit ihm und ein paar anderen Jungs wollen wir uns hier ne Team Chess machen? ähm ja ist eigentlich ziemlich nah beim Spawn machen im Team Chester okay wir bauen uns hier unsere Base wir bauen uns hier unsere Base also dich hätten sie vielleicht bekommen können aber Junge das war halt die dümmste Entscheidung von denen so uns zu snipen ähm ja die wussten ja nicht was wir für Staff haben aber man hätte es trotzdem grob schätzen können aber sonst bekomm aber sonst bekomm ich keine Hose wahrscheinlich nächste Folge nether nächste Folge nether wegen shop 4 also bei mir kostet 20 Level das wäre wirklich zu ja halt 10 ich bekomm keine Äpfel echt? ich hab auch schon ein paar Bäume eigentlich abgebaut oder so ich hab jetzt wenigstens auch ein F&S das heißt ich kann F&S Spam zum Urteil hehehe ich bekomm halt gar keine Äpfel gedroppt so Junge warte ich tu mal auch mein Crap in die Team Chester so ja warte das hier das Leder das Sugarcane mein Gold ja ich hab einen Eimer zu viel gemacht hier das das und die ja die Federn den Gravel das halt das hier das hier ein Ench nehm ich mir raus und ein Anvil ja wie viel gebratenes Food hast du? äh 1 und 23 1 und 23 ähm 5 Minuten also ich würd die Steak rein tun hier oh jetzt soll ich mal alles zu Bücher machen von Zuckerrohr ähm mach mal ey wir müssen eigentlich eigentlich müssen wir es sogar so machen dass wir nur kurz in der Duck gehen und die restliche Folge dann Äpfel farmen wir haben 18 Bücher wir könnten Level 6 Ench machen äh Level 12 Ench machen aber das ja jetzt haben wir schon alles so ich bin halt auch 3 äh der Half-Pit 2 deswegen wir können eigentlich auf Full-Pit 3 gehen was äh unsere Dia Armor angeht Junge der Kill hat sich ja so gelohnt also nicht was Dia Stuff angeht aber wir können jetzt den Dia Stuff den wir haben können wir dann Stack machen und so und wir haben beide Sharpie Fire durch die ja weil ich hab jetzt auch keinen Knockback mehr drauf das ist eigentlich echt sehr gut und wir haben beide einen Kill bekommen das finde ich nice ja und mal nicht so wie sonst immer dass du immer 20 Pits ja Junge ich bekomme so 8 und du dann so mit 1 also wir können insane viele Gaps machen wir haben über 3 Stacks Gold ja ich weiß das ist fast so wie bei Hawaii und mir damals nur dass wir damals 3 Stacks Gold hatten und halt schon 15 Gaps pro Person ja das war krank aber jetzt halt Heal Carried also solange wir nicht gegen Luke Johariken und Chester und sein Maid fighten sollten wir eigentlich die meisten kommen sogar ich würd generell mit so Lower Armor kaum gegen starke Teams fighten weil hier auch viel sag ich jetzt mal luck abhängig ist das ist ja jetzt gerade eben zum Beispiel das war zwar auch gut sag ich jetzt mal dass du da so ne aber war trotzdem auch gewisses Luck dabei ja schon ey ich bekomme halt wirklich keine Äpfel gedroppt wie lange haben wir noch stand schon unser weniger als 3 Minuten ja weniger als 3 Minuten ja weniger als 3 Minuten so warte wo hast du das Food reingelegt du hast noch gar keine Äpfel gefarmt oder? doch also am Anfang habe ich ein paar Bäume abgebaut aber also ähm aber Food was hast du jetzt genau gebraten? nur noch Steak Steak gebraten okay dann gebe ich dir mal hier Steak und das oh wir haben ja fast 4 Stacks Junge oha ja ja also ich hab nochmal 2 Gold jetzt hier aber ich hab halt wie gesagt kein Gap na ja ich kann jetzt genau ein Gap für beide für ja so ein Ambus ne ich mit ein Entschne ich mit hier bitte ein Gap für dich Dankeschön so warte mal ich nehm mir mal 3 Bücher mit dann kann ich mir vielleicht versuchen One Piece P3 zu machen nächste Folge okay aber ich würd halt eigentlich sogar lieber Äpfel fahren Alter ja ja da ist halt echt dumm so okay fehlt noch irgendwas also ich hab jetzt auch btw den Power 1 Bow ich hab gar keinen Bogen aber das wirkt mich gerade erstmal eh nicht weil ich spiele ja nicht so fast mit Bogen ja ey was jetzt nice wäre wenn wir irgendwie Airan begegnen würden ähm ja das wär wirklich Schmack auf was ich Scope Scope mit wem Team Scope na also auf die hab ich jetzt echt keinen Bock eigentlich ne ne das wär gefährlich weil Zesi ist auch noch spät ich würd rein theoretisch sagen ich hab noch mal nen Apfel okay ja das wir erstmal ähm hm erst wieder join wenn die weg sind ja ach stimmt wir haben ja heute noch ne zweite Folge uiuiuiuiuiui wie geil hooray gehypt ich hab jetzt zwei Gaps drauf warte ich schau mal ob die hier in dem Chunk sind ne sind sie nicht ich kann mir vorstellen dass die spawned sind ja ok dann lassen wir zwei Gaps jetzt erstmal spawnen laufen dann gehen wir in die nächste Folge kurz in den Nether und dann fahren wir wieder Apfel draußen oder? ja dann gehen wir in den Nether full für 2 für mich und also ich fahr mir full für 2 und schab 4 Fire und dann was machst du? hast du 3 Viertel? ja ja ich bin 3 Viertel ok 3 Sekunden noch ich sollte es eigentlich sogar ins Nether Portal schaffen ja in der Folge schon ja woher ich lege hab ich FGS drops mal wieder ja das war es mit der Folge ich hoffe euch hat es gefallen bis zum nächsten mal ciao 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 ciao